Hallo ihr Lieben, hier ist der Michael von jetztselbstsicher.de. Ja, heute geht es wieder los mit einem neuen Selbstsicher Live und das wird es ab jetzt regelmäßig geben, sprich jeden Sonntag, immer um Viertel nach sechs. Ich hoffe, dass ich soweit immer da sein werde. Sollte ich tatsächlich mal irgendwie auf Reisen sein, gibt es eine Aufzeichnung oder was auch immer, lasse ich mir was einfallen, vielleicht schaffe ich es ja auch dann von unterwegs. Selbstsicher Live, was ist das? Worum geht es da? Also grundsätzlich geht es um das Thema Selbstsicherheit als mein großes Thema generell und da steckt wahnsinnig viel drin. Das heißt, es wird um ganz unterschiedliche Themen gehen, es wird um mehr philosophische Themen gehen, es wird mehr um praktische, konkrete Problemthemen gehen, also beispielsweise zum Beispiel, was tue ich, wenn ich gemobbt werde, was tue ich, wenn mein Kollege, meine Kollegin ständig mich auflaufen lässt oder was tue ich, wenn in der Partnerschaft es Krise gibt oder mit meinen Eltern Zoff oder, oder, oder. Oder aber eben auch so ganz generelle Sachen. Was ist denn zum Beispiel überhaupt Selbstwert oder was ist Selbstbewusstsein, was ist Selbstsicherheit oder was tue ich denn eigentlich, wenn ich achtsamer werden will, wenn ich mehr auf meine Emotionen spüren will und all diese Dinge. Also siehst schon, es wird sehr, sehr unterschiedliche Sachen geben und ich sehe auch schon, die ersten sind da. Hallo, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Hallo Silke zum Beispiel. Nicht von allen kann ich sie lesen. Habe ich eigentlich irgendwo hier eine Liste? Nein, habe ich nicht. Der Name derer, die live sind, aber ich sehe zumindest von denen, die schreiben. Also wer schreibt, da freue ich mich drauf. Ihr könnt alles Mögliche reinschreiben. Und mit alles Mögliche meine ich beispielsweise, was macht ihr fest? Gubobuck im Hintergrund. Okay, irgendwas passiert da gerade, aber macht nichts. Was ihr also bitte machen könnt, ihr könnt Fragen reinstellen, ihr könnt vor allem auch, und da freue ich mich ganz besonders drauf, wenn ich was sage, heute ist ja das Thema Angst vor Ablehnung, wenn ich was sage, mit dem ihr vielleicht nicht einverstanden seid oder wo ihr irgendwo was anderes drüber gehört habt oder sonst irgendwas. Ihr dürft bitte gerne auch kritische Sachen reinschreiben und was immer auch ihr sonst reinschreiben wollt oder was ihr persönlich für Themen habt. So, jetzt fängt auch noch mein Sekündchen. Ich muss mal da irgendwas leise machen. Wo laufe ich denn noch? Ihr hört mich jetzt wahrscheinlich doppelt, weil irgendwo hat sich jetzt Facebook, Die hört mich jetzt wahrscheinlich doppelt. Jetzt müsste es vorbei sein. Ich hoffe, dem ist so. Alles klar. Ja, Technik. Alles klar, ich bin zurück. Also, heute ist ja das Thema Angst vor Ablehnung und wenn ihr zum Beispiel selber damit ein Thema habt oder ähnliches, die Annegret hat das ja zum Beispiel schon bei der Ankündigung des Live, Selbstsicher Live, reingeschrieben, dass das für sie gerade sehr aktuell ist. Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon dabei ist oder noch dazu kommt. Aber, wie gesagt, was immer es euch dazu bewegt, könnt ihr gerne reinschreiben, könnt gerne Fragen stellen. Und, da es das ja jede Woche gibt, ich habe zwar eine lange, lange Liste von möglichen Themen mir schon gemacht, aber spannend ist natürlich, wenn ihr selber Themen habt, die euch dazu einfallen. Und wenn ihr die habt, schreibt mir die auch gerne rein und dann baue ich die einfach in meinen Redaktionsplan mit ein. Vielleicht auch noch ganz kurz, die Sachen, die ihr hier seht, die bleiben natürlich auf Facebook auch drin stehen und, zumindest ist es momentan so, ich weiß nicht, ob ich das dauerhaft so mache, und ich poste die oder setze die auch noch jeweils auf meinen YouTube-Kanal, sodass ihr die da auch findet, weil auf YouTube findet man sie leichter, als wenn was Älteres auf Facebook ist, weil das im Facebook ja immer weiter nach unten rutscht. So, soviel erstmal die Vorrede, was Selbstsicher Live ist, war jetzt eh schon wieder relativ lange. Jetzt überhaupt mal für die, die mich noch nicht kennen, wer ich überhaupt bin. Also, mein Name ist Michael, Michael Mösslang, ich duze auch immer, ich hoffe, das ist für alle okay. Und ich bin seit, also erstmal bin ich derjenige, der das Thema Jetzt Selbstsicher macht. Ich habe da ein Programm dafür aufgesetzt, da gibt es also E-Books und Kurse etc. Einfach mal unter JetztSelbstsicher.de schauen, falls ihr es noch nicht kennt. Und habe letztes Jahr den Selbstsicher Kongress gemacht. Und bin aber seit ungefähr 20 Jahren, knapp 20 Jahren, bin ich Trainer, Coach, Autor und Keynote-Speaker. Das heißt, ich stehe auf den Bühnen, ich trainiere Leute, ich coache Leute, schreibe Bücher, habe einige Bücher geschrieben. Und da ist auch im Business-Bereich, also wo ich bei den Firmen bin, ist mein Hauptthema das Thema Präsentation. Und aus dem Thema Präsentation heraus, da habe ich so den Namen, den Beinamen der Hitchcock der Präsentation, da geht es ein bisschen darum, wie kann man es spannender machen und so. Und die Teilnehmer hatten aber vor allem immer das Problem, dass sie sich auf der Bühne nicht sicher gefühlt haben. Also Lampenfieber, Nervosität, Aufregung etc. Und aus dem Thema ist dann das Thema Selbstsicherheit entstanden, weil es da sehr, sehr viele Parallelen gibt zwischen Lampenfieber und anderen Dingen, wo wir unsicher sind etc. Ja, jetzt zu unserem Thema Angst vor Ablehnung. Und Angst vor Ablehnung ist etwas, was uns alle betrifft. Sicherlich in ganz, ganz unterschiedlichem Maße und natürlich auch in jeder Situation anders. Und das hat ja verschiedene Ursachen. Und lasst uns erstmal so ein bisschen auf die Ursachen schauen, warum das Thema Angst vor Ablehnung so immens wichtig ist, warum das so eine große Rolle spielt in unserem Leben und auch vor allem, was da dahinter steckt. Und was da dahinter steckt, ist ziemlich archaisch und ganz simpel. Denn früher, wenn wir zurückgewiesen wurden, wenn wir abgelehnt wurden, wenn wir ausgegrenzt worden sind und letztendlich sogar richtig, naja, quasi nicht mehr zur Gruppe gehört haben, aus der Gruppe ausgegrenzt wurden, dann war das der sichere Tod. Denn früher hat man eine kleine Gruppe, wie groß war natürlich unterschiedlich, aber es war so eine kleine Gruppe, vielleicht nur die Familie, ich weiß nicht, 7, 8, 9, 10 Leute, vielleicht war es auch eine kleine Dorfgemeinschaft mit vielleicht 20, 30, 40 Leuten, aber mehr halt nicht. Und wenn wir da ausgestoßen wurden, dann waren wir alleine. Und alleine bedeutete, wir hatten nicht mehr den Schutz der gemeinsamen Höhle oder Hütte. Wir haben nicht mehr gemeinsam uns um Nahrung kümmern können. Und Jagd war damals natürlich nur in der Gruppe möglich. Das konnte nicht einer alleine machen. Der hat nichts erwischt, der hat nichts fangen können. Das heißt, der konnte sich nur noch von Bären oder ähnlichen Dingen ernähren, was ja nicht immer zur Verfügung stand. Und das Extremste war natürlich, dass er ausgeliefert war alleine den Feinden, also anderen Menschen und aber auch Fressfeinden, also wilden Tieren etc. Und so hat es halt ganz schnell dazu geführt, dass wir früher oder später das nicht überlebt haben. Und das ist deswegen so stark in uns drin, und zwar auf einer ganz, ganz tiefen Ebene, die wir mit Logik nicht wegkriegen und vielleicht auch gar nicht wegkriegen sollten. Also ich meine, auch wenn das heute nicht mehr so ist mit dem Ausgewiesenwerden und dann haben wir den Tod zumindest normalerweise nicht. Mag einzelne Situationen geben, aber normalerweise sind wir heute ja nicht in einem System drin. Also wir haben ja nicht nur die eine Familie oder Sippe oder wie immer es sich genannt hat, sondern wir sind ja heute in ganz verschiedenen Systemen drin. Das heißt, wenn du heute irgendwo ausgestoßen wirst und selbst wenn es deine eigene Familie ist, dann ist es ja noch längst nicht für dich der Tod. Vielleicht, wenn du noch ein kleiner Säugling bist, klar, aber auch da gibt es ja genug, Gott sei Dank, die sich um solche Leute kümmern, um solche Babys dann kümmern. Aber wenn du ein Erwachsener bist, dann hast du genug Möglichkeiten, auch alleine zu existieren. Und das Gleiche gilt auch, wenn du aus deiner Firma rausfliegst. Ja, vielleicht gibt es eine Durststrecke, vielleicht gibt es auch eine Zeit lang eine sehr negative Situation, aber sterben wird daran keiner und früher oder später wirst du auch wieder was finden. Und so ist es halt bei ganz, ganz vielen Situationen, dass wir heute eigentlich gar nicht mehr so eine starke Angst davor haben müssten, aber diese Urangst ist in uns angelegt und bestimmt auf einer unbewussten, tiefen, tiefen Ebene unser Denken, Fühlen und Handeln. Das ist aber natürlich nicht der einzige Grund, dass wir dann alleine vielleicht schneller sterben oder eben zu großen Gefahren ausgesetzt sind, sondern da stecken dann noch mehr Sachen dahinter. Zum Beispiel, kennst du das, wenn uns was Peinliches, wenn wir uns schämen oder wenn wir uns blamieren oder glauben uns blamiert zu haben, dass wir dann auch so ein ähnliches Gefühl haben. Und das hängt zusammen. Das hängt zusammen, weil diese Angst vor Peinlichkeit, vor Scham, vor Blamage wiederum ja auch das Gleiche ist. Denn wir haben in dem Moment das Gefühl, die anderen verstoßen uns jetzt, was sie natürlich in der Praxis nicht tun, das wissen wir auch alle. Aber wir haben in diesem Moment das Gefühl, dass wir jetzt verstoßen werden und dass es jetzt aus ist und dass es so peinlich war und so schlimm ist und was weiß ich was. Ob das jetzt eine Sekunde anhält und wir dann bewusst darüber nachdenken und sagen, alles okay oder ob das womöglich länger anhält und meistens hält es länger an, gerade so, kennst du vielleicht auch, bei Peinlichkeit, bei Scham, bei Blamage, dass uns das dann oft Tage, Wochen noch später einfällt. Und wir immer wieder darüber nachdenken und immer wieder dran denken, manchmal sogar unser ganzes Leben. Ich kann mich so an ein paar so ganz besonders peinliche Situationen in meinem Leben erinnern, die teilweise schon in der Kindheit waren. Und die natürlich immer wieder hochpoppen. Jetzt nicht unbedingt immer schlimm sind. Also das ist jetzt nicht so, dass man deswegen gleich ein Riesenproblem hat. Aber zumindest fallen sie einem immer mal wieder ein und dann ist es wieder unangenehm. Oder manchmal beeinflussen sie einfach auch dein ganzes Leben, weil du möchtest natürlich in solche Situationen nicht reingeraten. Und gerade diese Angst vor Peinlichkeit, vor Blamage, vor Scham ist ein ganz, ganz starker Motivator. Also ganz, ganz vieles machen wir deswegen nicht, obwohl es vielleicht gut für uns wäre, weil wir Angst haben, es könnte ja schief gehen und es könnte ja peinlich werden. Und in der Folge kommt dann dieses Gefühl, ausgestoßen zu werden. Nur meistens, gerade dieses Thema Peinlichkeit, ich meine, was passiert denn, wenn jemand anderer was Peinliches tut? Also du kennst ja sicher bestimmt Leute, die in irgendeiner Situation schon was getan haben, wo du hinterher mitbekommen hast oder an ihrer Reaktion mitbekommen hast, dass ihnen das verdammt peinlich war. Aber jetzt mal nicht aus deren Sicht, sondern aus deiner Sicht, als Zuschauer, als Anwesender, war das wirklich was Schlimmes? Denn klar, es gibt Situationen, da gibt es ja dieses Fremdschämen, heißt es ja heutzutage, wo wir es auch peinlich finden, wo wir sagen, oh Gott, das ist jetzt ganz schlimm. Was weiß ich, beispielsweise, wenn einer auftritt auf der Bühne und sich für einen großen Sänger hält und schlecht singt und er selber merkt nicht, wie schlecht es ist und uns tut schon richtig weh oder sowas. Okay, es gibt so Situationen. Aber die allermeisten Situationen, wo die Person, die betroffene Person glaubt, sie hat gerade was Peinliches gemacht, das finden wir selber, also wir anderen überhaupt nicht peinlich. Manchmal sogar, gerade wenn es Kinder sind, finden wir das sogar süß oder lustig oder putzig oder irgend sowas. Und das zeigt schon, wie, ja, ich sag mal, wie hirnrissig unsere Gedanken oft sind. Also hirnrissig passt in dem Fall sogar ganz gut, weil es geht ja ums Gehirn. Also wir machen uns ja im Gehirn manchmal Gedanken, die sind vollkommen unsinnig oder eben hirnrissig und führt dazu, dass wir uns dann eben total blamiert fühlen, obwohl es überhaupt keinen Grund gibt dazu. Und dahinter steckt eben immer diese Angst vor Ablehnung, weil wenn es peinlich ist, dann fühlen wir uns abgelehnt und damit eben ganz schnell auch verstoßen. Aber natürlich nicht nur, wenn es um Peinlichkeit und Blamage und so weiter geht. Ganz häufig, und das kennt ihr vielleicht auch, ist, wenn wir in irgendeiner Form kritisiert werden, also in irgendeiner Form negatives Feedback bekommen. Und ich habe natürlich als Trainer und als Coach extrem viel mit Feedback zu tun. Und bei mir in den Seminaren, in den Präsentationsseminaren ist es auch so, dass die Teilnehmer sich untereinander Feedback geben. Das heißt, da präsentiert jemand und dann geben ihm auch die anderen Feedback. Und ich als Trainer muss natürlich aufpassen, muss erst mal die Atmosphäre dafür schaffen, dass die sich öffnen, dass die also auch bereit sind, womöglich einer fremden Person, vielleicht aber auch einem Kollegen, den sie täglich treffen, ein Feedback geben. Vielleicht sogar einem Vorgesetzten. Ich habe schon oft genug auch in einem Seminar vorgesetzt, etc. Und ja, da muss ich erst mal die Atmosphäre schaffen und dann muss ich auch aufpassen, dass es nicht zu weit geht, wobei das Gott sei Dank noch nie vorgekommen ist. Aber diese Gefahr besteht natürlich. Und ja, Silke, wie kann man diese Gefühle beeinflussen? Da komme ich noch ein Stück weit drauf. Weil jetzt will ich erst mal so sammeln, was so die typischen Situationen sind. Denn es ist spannend, wie oft das alles zusammenhängt. Und eben wo kleinere Geschichten, wie eben eine negative Rückmeldung, die wir von jemandem bekommen, auch ganz schnell dazu führen, dass wir das Gefühl haben, abgelehnt zu werden. Das heißt, da sagt uns jemand was, keine Ahnung, da gefällt einem die Frisur nicht oder du hast was gemacht und dem hat die Wortwahl nicht gefallen oder keine Ahnung, was immer es so, diese Kleinigkeiten im Alltag, du kennst, du weißt, du weißt, was ich meine. Und jetzt sagt da jemand was drüber und womöglich trifft er sowieso einen Punkt, wo wir selber schon drüber nachgedacht haben, war das jetzt so optimal oder ähnliches. Aber selbst wenn er nicht einen wunden Punkt trifft, wir neigen dazu, sowas zu verallgemeinern. Da sagt einer was und wir denken dann, oh Gott, jetzt finden das alle so ganz, ganz fürchterlich und Hilfe und blamiert und peinlich und was weiß ich was. Meistens ist es das gar nicht. Aber nochmal, auch hier hilft natürlich jetzt die Logik uns alleine nicht weiter. Ja, es ist schon sinnvoll und wichtig, darüber auch mal logisch nachzudenken und schauen, ist das wirklich jetzt so peinlich gewesen, wie ich es selber in dem Moment empfunden habe oder ist das nur eben eins dieser Gefühle, die, wie ich es vorhin bezeichnet habe, die eben herrnrissig sind. Und so gibt es natürlich noch mehr so Dinge, wo wir uns einfach ausgestoßen fühlen oder es dahinter steckt, dass wir glauben, dass wir ausgestoßen. Und das hat dann wiederum auch schnell mit dem Selbstwert zu tun, weil wir natürlich ganz schnell, wenn sowas passiert, an uns zweifeln und unser Selbstwert dadurch in den Keller geht. Also sprich, wir dann einfach unseren eigenen Selbstwert reduzieren und dann auch oft sowas denken, wie ich bin nicht gut genug oder ich kann das nicht oder ich bin es nicht wert oder ähnliche Dinge. Also alles, was so mit dem Selbstwert zu tun hat. Ja, was kann man tun? Ich meine, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Geschichten und manche Sachen gehen relativ flott, manche brauchen vielleicht länger und ich denke, dass zum Beispiel, ich habe vorhin schon mal das Wort Achtsamkeit verwendet, ich weiß nicht, ob ihr jetzt alle wisst, was Achtsamkeit ist. Es ist ja so, dass heute laut einer Statistik, die ich glaube Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, mittlerweile 25 Prozent der Deutschen, also jeder vierte, sich aktiv mit Achtsamkeit, Meditation und ähnlichen Dingen beschäftigt, sprich also da sehr aktiv dabei ist mit eben Meditieren oder mit anderen spirituellen oder achtsamen Methoden. Das war vor 18 Jahren, zur Jahrhundertwende, Jahrtausendwende war das noch ganz anders, da waren es ein paar wenige Prozent und die wurden dann von den anderen ganz schnell in die esoterische Ecke gesteckt. Aber es gibt tatsächlich viele Leute, die sich noch gar nicht damit auskennen, deswegen vielleicht so ganz kurz, was bedeutet eigentlich achtsam sein, achtsam leben vielleicht sogar, weil das ist dann, geht ja dann noch ein Stück weiter. Achtsamkeit hat erstmal damit zu tun, dass wir uns und unseren Körper und unsere Gefühle und alles, was damit zu tun hat, bewusster wahrnehmen. Denn wir laufen als Autopilot, wir tun das meiste, was wir tun, tun wir aus purer Gewohnheit. Und gerade wenn es um so Dinge geht, wie eben die Angst vor Ablehnung, das haben wir ja als kleines Kind schon gespürt, das spüren wir tatsächlich sehr früh. Ich denke mal, da gibt es keine ganz klaren Aussagen, beziehungsweise teilweise widersprüchliche Aussagen. Das geht tatsächlich schon so mit zweieinhalb, drei Jahren los, vielleicht sogar schon früher. In bestimmten Dingen, kenne ich es aus dem Coaching, sogar tatsächlich früher, wenn sie besonders stark sind. Und so richtig stark wird es dann natürlich in der Pubertät, wo wir uns sowieso in Frage stellen, wo wir sowieso eigentlich so eine Art Neuanfang machen und wo wir dann einfach ganz schnell auch verunsichert werden. Und wenn dann da was passiert, dann ist das natürlich erstmal besonders schlimm, weil es auf besonders fruchtbaren Boden trifft. Und dann lernen wir, sowohl in der Kindheit wie in der Pubertät, wie eigentlich unser ganzes Leben, dann lernen wir, die Dinge nicht mehr wahrzunehmen, sondern so wegzudrücken, gar nicht hinzuschauen, gar nicht hinzuspüren, gar nicht darauf zu achten, wie es uns eigentlich gerade geht oder wie sich die Emotion genau anfühlt. Genauer gesagt, das Gefühl, aber wir sprechen ja da gern von Emotionen. Wobei die Definition, was ist eine Emotion, was ist ein Gefühl, sowieso die verschiedenen Wissenschaftler anders sehen. Ich habe jetzt gerade wieder eine gelesen, die fand ich ganz spannend, wo es hieß, Emotion ist ein emotionaler Reiz, der aufgrund einer Wahrnehmung meistens auf der unbewussten Ebene passiert und davon haben wir permanent jede Menge davon. Die kriegen wir aber nicht alle mit. Und das Ganze passiert im Mandelkern, also in der Amygdala und so mitten im Gehirn, also wirklich da so genau mittendrin, irgendwo da ist die Amygdala, so ein kleines Mandelförmiges Teil. Und die ist zuständig und die schickt es an verschiedene Gehirnareale und wir haben ständig diese emotionalen Reize und manchmal schickt es es eben dann an den präfrontalen Kortex. Das ist ja ganz vorne, da oben, so die Hirnrinde, da äußerst die äußeren 3 bis 5 Millimeter. Und wenn es da ankommt, dann wird es zum Gefühl nach dieser Definition, dann wird es zum Gefühl, weil dann wird es uns auch bewusster. Also ein Gefühl wäre eher bewusst und eine Emotion hätten wir ständig jede Menge. Wie immer ist der Einzelne definiert. Wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Definitionen. Und ja, wir leben eben im Alltag mit diesen Gewohnheiten, dass wir gar nicht darauf achten, was habe ich denn jetzt für Emotionen, was habe ich jetzt für Gefühle. Wir hauen auch ganz schnell so eine Art Stempel drauf. Das ist jetzt unangenehm. Und was unangenehm ist, ich meine, ist ja logisch, warum sollten wir uns erst mal so mit unangenehmen Gefühlen beschäftigen. Die drückt man am liebsten weg. Nur was wir wegdrücken, was wir unterdrücken, das erzeugt Gegendruck und das macht was mit uns. Und da ist eben jetzt so diese, das ist nicht nur ein Trend, sondern das ist was, was ganz Essentielles und was in den asiatischen Regionen schon seit Jahrtausenden auch praktiziert wird, diese Achtsamkeit. Die kommt jetzt mehr und mehr bei uns an in der westlichen Welt. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass unser Druck, unser Stress immer größer wird und immer mehr Leute ausbrennen auf die unterschiedlichste Art und Weise und immer mehr Menschen unzufrieden sind, obwohl es uns ja insgesamt gut geht, aber der Einzelne empfindet es anders und das ist das Entscheidende. Und die Achtsamkeit führt eben dazu, dass wir uns selbst wieder wahrnehmen und eben in uns rein spüren und wahrnehmen, wie geht es mir denn jetzt gerade, wie ist denn meine Atmung, wie ist denn mein Kreislauf, wie ist denn meine Verdauung und dann auch entsprechend handeln. Also eben dann nicht beim ersten Reiz gleich irgendwie wieder was in uns reinschütten, jetzt wenn es zum Beispiel um das Thema Essen geht, sondern mal rein spüren, was tut mir denn jetzt gut. Ich bin also ein Schokoladen-Junkie. Also wenn ich da einmal anfange, dann kann ich den ganzen Tag irgendwie Schokolade fressen, aber es ist nicht immer sinnvoll und jetzt nicht nur wegen der Figur nicht sinnvoll, sondern das macht ja auch was in meinem Magen und in meinem Darm und wenn ich da anfange rein zu spüren, dann merke ich vielleicht, nee, es ist zwar diese Lust, da jetzt wieder ein Stück zu nehmen, aber ich merke, das tut mir jetzt nicht mehr gut oder mit Getränken oder sonst irgendwas, erst recht natürlich mit Alkohol oder anderen oder zu zuckerhaltigen Sachen etc. Und das geht jetzt natürlich nicht nur um die Ernährung, das geht zum Beispiel auch um die Atmung, das geht um die Bewegung, das geht um den Muskulaturapparat oder den ganzen Bewegungsapparat, also rechtzeitig zu spüren, dass du beispielsweise Verspannungen kriegst oder dass dir irgendwas nicht gut tut oder dass zum Beispiel vielleicht ein Kopfweh kommen könnte und zwar bevor es kommt, wenn wir achtsam sind, können wir sowas durchaus wahrnehmen, Achtsamkeit hat natürlich auch damit zu tun, wie wir mit anderen umgehen, also wie stark wir auf die achten, empathisch sind, aber auch nicht nur antworten auf das, was die andere Person sagt, meistens mit so einem Reizmechanismus, wir antworten sofort, haben auch irgendwo eine Emotion, sondern erst mal reinzuspüren, was macht das mit mir, wie geht es mir damit und was bedeutet das jetzt für mich auch zu antworten, ist es mir wichtig zum Beispiel. So und das ist so das Thema Achtsamkeit und damit kann man sehr, sehr viel bewirken. Da gibt es auch Grenzen und die werden selten angesprochen. Vielleicht, weil sie manche nicht wahrhaben wollen, vielleicht, weil sie manche, weiß ich nicht, auch denken, die gibt es nicht oder sie uminterpretieren, wie auch immer. Und was meine ich mit so Grenzen? Nun, es gibt Leute, die so stark in der Achtsamkeit bei sich selbst sind, dass sie nicht mehr wahrnehmen, wie das bei anderen ankommt. Die dann sogar oft sagen, kümmere dich nicht drum, wie das bei anderen ankommt, kümmere dich nur um dich selbst. Also, dass es dir gut geht. Und es klingt ja auch erst mal super positiv. Und grundsätzlich ist da als erst mal auch nichts dagegen einzuwenden. Erst mal. Denn wir sind soziale Wesen. Wir brauchen andere. Früher genauso wie heute. Auch wenn wir heute die anderen mal austauschen können. Wenn es mit dem einen nicht mehr funktioniert, suchen wir uns einen anderen. Aber grundsätzlich, wir brauchen soziale Kontakte. Wir brauchen Interaktion. Wir brauchen Menschen, um die wir uns kümmern und Menschen, die sich um uns kümmern. Wenn wir das nicht haben, dann gehen wir zugrunde. Da gibt es auch Untersuchungen drüber. Und ich glaube, das kennt auch jeder. Wobei natürlich die Intensität und die Art und Weise für die Menschen sehr unterschiedlich sind. Da hat jeder seine Vorlieben. Aber wir brauchen es alle. Und wenn jetzt jemand tatsächlich nur sein Ding macht und da kenne ich eben einige Negativbeispiele, die leben ihr Ding und die haben manchmal sogar so eine Art Gemeinschaft, die das genauso will und die ihnen deswegen anhängen. Aber wenn man dann ihr wahres Leben außerhalb dieser vielleicht Seminare oder was sie da machen, dann anschaut, dann sieht es anders aus. Dann sind sie eben so drauf, dass man das Gefühl hat, die sind zu egoistisch geworden und sind nur noch bei sich und nicht mehr bei anderen. Und das kann nicht gut gehen. Und deswegen ist es schon auch wichtig, da das richtige Maß zu finden. Also ja, bei uns zu sein ganz wichtig, aber wie ich vorhin gesagt habe, auch beim anderen zu sein. Empathisch auf den anderen einzugehen und eben nicht egoistisch nur an mich zu denken. Aber eben auch an mich. Und ich glaube, das ist genau das Problem, dass die meisten Menschen denken nur an die anderen und etliche denken nur an sich und es wichtig ist aber immer die Balance zu finden und beides in eine Balance zu kriegen. Er wird jetzt sowieso bei mir auch immer wieder das Thema Balance hören, weil ich denke, es geht immer um Balance. Es geht nie um das eine oder um das andere Extrem. Wir Menschen neigen aber zu Extremen. Und das sieht man ja in allen Bereichen. Das sieht man zum Beispiel auch in der Politik. Politik, wenn man sich anschaut, wie sich da jetzt seit der letzten Wahl, also wir haben in Bayern gerade Wahl und wir hatten ja, wann war das? Letzten Oktober, letzten September oder Oktober hatten wir die Bundestagswahl. Und wenn man sich jeweils anschaut, wie die Wahl davor zu der Wahl, wie sich es verändert hat. Uns geht es besser, aber die Politiker wurden alle massiv in die Pfanne gehauen, weil wir gefühlt oft denken, es geht uns schlecht. Und wir kippen da immer von einem Extrem ins andere. Nehmen wir mal unsere Bundeskanzlerin. Wie sie vor wenigen Jahren noch alle Herzen sind ja zugeflogen und selbst die, die nicht ihre Partei gewählt haben oder hätten, haben sie gewählt oder hätten sie direkt gewählt, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten. Die hatte Fans ohne Ende. Die war die beliebteste Politikerin. Und plötzlich kippt es um und heute sind sie alle nur noch am Merkel-Baschen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich großer Merkel-Fan bin oder sonst was. Ich halte sie für eine fähige Politikerin, aber mehr auch nicht. Aber diese Extreme will ich damit demonstrieren. Dass wir entweder totaler Fan sind oder totaler Gegner. Vielleicht ist es manchmal sinnvoll, eben auch in der Politik, aber hier geht es ja jetzt um uns selbst, mehr auf die Balance zu achten und sagen, okay, wie sieht denn die andere Seite aus? Was habe ich denn auf der Seite Wichtiges und was habe ich auf der Seite Wichtiges? Und es geht nicht nur um die und nicht nur um die Seite, sondern es geht immer um so eine Balance und um diese Balance mich zu kümmern und eben auch die andere Seite zu beachten. Also meine Bedürfnisse genauso wie die der anderen und nicht nur die anderen. Also die Leute, die so das Helfer-Syndrom haben, vielleicht kennt ihr da auch Leute, die immer nur für andere da sind und die auch sich selber nie irgendwie was zutrauen oder trauen. So nach dem Motto, das steht mir gar nicht zu, das darf ich nicht und nur die anderen dürfen das. Warum eigentlich? Natürlich darfst du das genauso. Jeder Mensch hat die gleichen Rechte. Jeder Mensch darf das Gleiche denken, tun, fühlen. Jeder Mensch ist gleich wertvoll. Das sagt sowohl unsere Kirche, wie wir das auch seit der Aufklärung oder sagen wir mal eher die Religion, nicht vielleicht unbedingt immer die Kirchen, aber die Religion, genauso wie eben die Aufklärung uns das sagt und unser gesunder Menschenverstand und die Genfer Menschenrechtskonventionen, alle sagen, wir sind gleich viel wert. Und ich denke, wir sind es auch, aber wir leben es nicht. Und nicht, weil jetzt es manchmal irgendwelche Gruppierungen gibt, die aus welchen Gründen auch immer andere Menschen abwerten, sei es jetzt aus rassistischen Gründen, sei es aus taktischen Gründen. Es gibt ja Staaten, die ihre Bürger abwerten. Es gibt durchaus auch kirchliche Gemeinschaften, die, ja, ihr Schäfchen da unten, seid mal schön brav und kniet euch hin und da oben sitzen die Kirchenfürsten oder wie immer sie in der einzelnen Religion heißen mit ihren Pomp und was weiß ich was alles und mit ihren Sonderrechten. Nicht überall sind sie ja so geschmückt, geschmückt jetzt vielleicht wie in der katholischen Kirche, aber trotzdem gibt es das in allen oder in vielen Religionen in einer ähnlichen Form. Und in allen Lebensbereichen, gibt es das natürlich. Aber erst mal sind wir alle gleich wertvoll. Und du hast dieses Recht, das auch in Anspruch zu nehmen und dich nicht drunter zu stellen und so nach dem Motto, dir steht das nicht zu. Das steht dir ganz genauso zu wie allen anderen. Und hallo, da hat sich jemand gemeldet. Hallo, Lissira. Ich kann es ein bisschen schlecht lesen, der Monitor ist weit weg, aber ich hoffe, es heißt Lissira. Ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt. Ja, also von daher, es geht wirklich auch darum, wie du selber über dich denkst. Und das ist das Thema Achtsamkeit. Und da kann ich jeden nur ermuntern, tut mehr. Ich werde euch da auch in der nächsten Zeit noch viel mehr Stoff dazu geben, viel mehr Anregungen, Denkweisen, vielleicht auch mal Übungen, werden wir mal sehen. Ich weiß selber noch nicht, wo das Selbstsicher Live hinführt. Ich weiß aber, dass es natürlich auch von mir in Zukunft wieder neue Produkte geben wird. Also es gibt ja das ein oder andere Produkt. Wer es noch nicht kennt, geht einfach mal auf die Seite jetztselbstsicher.de und ich werde da sicher hier auch in dem Selbstsicher Live das ein oder andere machen. Eine andere Geschichte sind Glaubenssätze. Wenn wir, also letztendlich hängt das jetzt auch wieder zusammen, weil das, was ich gerade gesagt habe, da sind ja schon sehr viele Glaubenssätze beteiligt. Was sind Glaubenssätze? Glaubenssätze sind Überzeugungen darüber, wie du selbst bist, wie die anderen sind, wie die Welt ist, wie das Leben ist. Und jeder von uns hat so ein ganzes, meist sehr großes Set von Glaubenssätzen, von Überzeugungen, die die jeweilige Wahrheit bedeuten. Die Dinge sind für uns selbst wahr und wir haben dafür jede Menge Beweise. Wir sind ziemlich überrascht, wenn andere Menschen andere Glaubenssätze und damit andere Wahrheiten haben, weil wir glauben doch alle, wir selbst haben die Wahrheit entdeckt oder wir kennen, Entschuldigung, wir kennen die Wahrheit. Das ist aber erstmal das eine Thema, dass diese Glaubenssätze sehr subjektiv sind. Das Problem bei diesen Glaubenssätzen ist, es gibt wunderbare Glaubenssätze, Glaubenssätze, die uns helfen, die uns helfen, die Welt zu verstehen, die uns helfen, uns selbst zu verstehen, die uns helfen, unser Leben erfolgreich zu leben. Aber es gibt halt auch Glaubenssätze, sogenannte hinderliche Glaubenssätze, die dazu führen, dass wir uns selbst blockieren, dass wir Hemmungen haben, dass wir Blockaden haben, dass wir eben zum Beispiel auch denken, wir selbst sind nicht genug wert und all diese Dinge und Glaubenssätze kann man verändern. Und das ist manchmal ein harter Weg, manchmal geht es relativ einfach, das hängt vom einzelnen Glaubenssatz, aber das muss man angehen. Und da gibt es viele, viele Methoden, die ich euch jetzt nicht alle im Einzelnen vorstelle, aber da können wir auch sicher das ein oder andere Mal drüber reden. Also es wird sicherlich auch wahrscheinlich mehr als einmal ein Special oder ein Thema beim Selbstsicherer Live geben zum Thema Glaubenssätze und wie man sie verändern kann oder was sie bedeuten, was sie für Folgen haben. Aber jetzt denkt er eben nur, du hast so einen Glaubenssatz wie, wenn ich nicht gut genug bin, dann werde ich ausgestoßen. Und der muss dir nicht mal bewusst sein. Also viele dieser Glaubenssätze, die sind da oben drin, aber die sind uns nicht wirklich bewusst. Glaubenssätze agieren, arbeiten auf einer unbewussten Ebene. Die Glaubenssätze haben sehr viel mit unseren Werten zu tun, die auch bei jedem anders sind. Und beide sind uns meistens nicht wirklich bewusst, sondern die steuern einfach so alles, was wir denken, alles, was wir fühlen, alles, was wir bewerten. Also auch unsere Erfahrungen, unsere Vergangenheit, beziehen die mit ein. Und das zeigt auch schon, wo sie herkommen. Weil wenn du irgendwo mal eine negative Erfahrung gemacht hast, zum Beispiel du bist wo ausgelacht worden, dann, Entschuldigung, jetzt muss ich glaube ich niesen. Entschuldigung, oh Gott, ich weiß jetzt nicht, woher das jetzt kommt. Also keine Ahnung, was da gerade war. Okay, also wenn du irgendwo mal eine Erfahrung gemacht hast, wo du beispielsweise ausgelacht worden bist oder verspottet worden bist oder ähnliches, dann kann das ganz schnell natürlich deine Glaubenssätze beeinflusst haben, so nach dem Motto, du bist eben in bestimmten Sachen nicht anerkannt, du bist nicht gut genug, du kannst bestimmte Dinge nicht und, und, und. Und da ist auch noch eine ganz spannende Sache, dass wir, also unsere Glaubenssätze, die entwickeln wir schon sehr früh, aber die bleiben natürlich nicht gleich, sondern die verändern sich immer wieder im Leben. Meistens allerdings so schleichend, dass wir es gar nicht merken. Dankeschön. Ja, danke fürs Gesundheit. Meistens, meistens merken wir das gar nicht, wie sich die Glaubenssätze im Laufe der Zeit verändern, aber sie verändern sich eben. Und gerade wenn sie uns selbst betreffen, ist das natürlich sehr wichtig. Und wenn du jetzt einen Glaubenssatz hast, der, oder ich nehme es nur einem praktischen Beispiel. Ich weiß ja nicht, wie alt ihr seid, aber jetzt stell dir mal vor, so eine Situation, wo du vielleicht, weiß ich nicht, 18 warst, 20 warst, 22 warst. Also so die typische Zeit, wo die meisten jungen Menschen gerne ausgehen mit ihren Klicken, mit ihren Freunden, auch oft ein relativ großes soziales Umfeld haben. Heute sowieso alles so Facebook-Freunde, es ist Mombi-mäßig, Smartphone, man ist ja mit allen irgendwie verlinkt und dann kann man auch ganz schnell welche befreunden oder entfreunden. Das ist jetzt die Frage, wie sehr das ernste Freunde sind. Ja? Aber das ist ein Alter, da probiert man sich aus, da macht man sehr viel, da geht man in die Disco und denkt sich nichts dabei und macht alles Mögliche. Und das macht Spaß. Und man ist auch vielleicht manchmal auch, ich sage jetzt mal bewusst, peinlichst betrunken und das macht einem auch nichts aus, etc. So und heute bist du vielleicht 10, vielleicht 20, vielleicht 30, vielleicht 40 Jahre älter und würdest heute in sowas gar nicht mehr reingehen, weil es dir peinlich ist oder weil du Angst hast, abgelehnt zu werden und so weiter. Natürlich passiert das nicht. Das Spannende ist nur, dass sich deine Glaubenssätze verändert haben. Dass du damals noch mehr bereit warst, was auszuprobieren und das hat auch geklappt und dann kam aber die eine oder andere Erfahrung und dann kam vielleicht auch das, was wir manchmal als Erwachsenwerden bezeichnen, was dann bedeutet, ich muss jetzt mehr auf mich aufpassen, ich darf nicht mehr so peinlich sein wie in der Jugend oder was weiß ich was alles, das sind ja auch alles Glaubenssätze. Und dann grenzen wir uns selber ein und das ist besonders dann peinlich und das ist zum Beispiel tatsächlich eine Zielgruppe, die ich sehr häufig habe. Das sind Frauen, die lange Zeit verheiratet waren und in der Familie ihr ganzes Glück hatten und dann war aber irgendwann die Ehe zu Ende. Und wenn sie wie viele so diese Situation hatten und ich sehe schon, da gehen schon die ersten Daumen nach oben, wenn sie wie viele so diese Situation hatten, dass sie in der Familie sehr viel Energie reingesteckt haben, klar, ich meine Kinder brauchen viel Zeit und alles, was dazugehört und jetzt ist es weg, vielleicht die Kinder aus dem Haus und der Mann geschieden, dann haben sie plötzlich nichts mehr und dann haben sie aber vor allem auch jahrelang, womöglich jahrzehntelang keine Erfahrungen mehr gemacht mit diesen Dingen, wie eben rausgehen, alleine rausgehen in die Disco oder ähnliches und trauen sich auch nicht mehr und haben dann natürlich Schwierigkeiten, wieder Anschluss zu finden, auch wieder einen Partner zu finden, etc. Es geht übrigens Männern ganz genauso, aber Frauen betrifft es natürlich häufiger, weil eben viele Frauen mehr in der Familie eingebunden sind und die Männer allein aus beruflichen Gründen oft schon draußen sind. Ja, heute sind auch mehr Frauen beruflich draußen, das ist auch gut so, wenn die das wollen zumindest, das ist gut so, manche müssen es auch und mögen es nicht, okay, aber da haben sie natürlich auch mehr Umfeld, aber trotzdem, es ist immer noch, durch die Kinder und so weiter, es ist immer noch mehr für die Frauen, dass sie da eingeschränkt sind. Schauen wir mal, was sie geschrieben hat. Silke hat geschrieben, Glaubenssätze sind doch meistens durch Erfahrungen oder Personen, zum Beispiel Eltern, lange Zeit in einem selbst verankert. Ich finde es sehr schwer, diese zu verändern. Bisher habe ich noch keinen Weg finden können, diese zu verändern. Ja, also da steckt eine ganze Menge drin, also auf jeden Fall, ja, auch unsere Eltern haben uns sehr viele Glaubenssätze eingeprägt und ich habe zum Beispiel selber so eine ganz große Schwierigkeit, die mir im Job hilft, wenn man beim Privaten nicht immer gut ankommt, muss ich gestehen. Mein Vater war ein extremer, besser, oder ist ein extremer, besser, weil er lebt noch, aber er ist jetzt sehr alt. Er ist ein extremer, besser und hält sich auch immer für schlauer als alle anderen. Er tut zwar manchmal so, als das wäre nicht so, aber tatsächlich ist es so. Dadurch hat er auch einen relativ kleinen Freundeskreis gehabt. Er hat zwar gut verkauft dadurch, aber einen kleinen Freundeskreis etc. und ich habe das schon irgendwie gemerkt, dass das nicht meine Welt ist und versuche das nicht so zu machen, aber ich habe ganz, ganz viel angenommen davon, obwohl ich es nicht wollte. Und ich glaube, ähnliche Dinge kennt ihr von euren Eltern auch, dass ihr irgendwas, was ihr eigentlich gar nicht wolltet, trotzdem angenommen habt. Es muss jetzt nicht das sein, es kann auch ganz was anders sein. Im Job, wie gesagt, hilft mir das, weil ich da einfach, ich habe ein sehr, sehr großes Wissen und wenn mich Leute was fragen, kann ich in sehr vielen Fällen auch darauf antworten und so weiter. Also da ist es überhaupt kein Thema und bei Feedback und sowas ist es sehr hilfreich. Aber ich mache es im Privaten auch manchmal und da ist es natürlich nicht immer gut. Und ich ärgere mich dann auch drüber, aber es ist halt stark drin. Und es sind aber nicht nur die Eltern, es ist das ganze Umfeld. Die Schule spielt eine Rolle, oder die Gesellschaft spielt eine Rolle. Ich glaube, dass auch viel mehr, als uns das bewusst ist, die Medien eine Rolle spielen. Also früher halt das Fernsehen, heute natürlich auch die sozialen Medien, weil wir dort, ich meine, in den sozialen Medien sagen Leute noch viel deutlicher, was sie denken, weil sie halt so diesen Schutz der Anonymität oder vermeintlichen oder Pseudo-Anonymität haben. Braucht ihr nur mal auf Seiten gehen, wo es ein bisschen politisch wird, egal jetzt welche Richtung, was da oft für extreme Aussagen sind in alle Richtungen, egal ob jetzt rechts, AfD oder andere Gruppierungen oder links, da wird aufeinander rumgehackt, da wird böses Blut gegossen, wie man es im normalen Gespräch eigentlich nicht macht. Und da siehst du ganz schnell, was für Glaubenssätze da sind. Und natürlich prägt uns das. Wir schlagen uns dann auf die eine oder auf die andere Seite. Wir sind dann über der Gegen oder wir sind auf der gleichen Seite. Und Biene schreibt schon, klugscheißer mag niemand. Ja, genau, das ist auch so ein Thema. Also unser ganzes Umfeld beeinflusst uns, eben auch die Medien, natürlich auch so die Kirche und die Politik, aber eben auch die Medien, auch die Zeitung natürlich, ganz klar gehört dazu den Medien. Also es beeinflusst uns alles und auch unser Umfeld, unsere Freunde, unsere Partner, Partnerin. Und dann schreibst du, bisher habe ich noch keinen Weg finden können, diese zu verändern. Es geht natürlich. Ich meine, sonst wäre mein Job umsonst. Es geht ja sehr, sehr viel um Glaubenssätze, aber ich kann es auch nachvollziehen, es geht nicht alles. Also so wie jetzt manche meiner Kollegen sagen, du kannst alles verändern, du musst nur das richtig machen und so weiter. Vergiss es. Nein, es geht nicht alles. Und das hat mit verschiedenen Sachen zu tun. Also erst einmal gibt es natürlich unterschiedlich tiefsitzende Glaubenssätze. Es gibt Glaubenssätze, da bist du relativ leicht bereit, sie zu verändern. Kannst du dir so wie ein bisschen wie eine Zwiebel vorstellen oder wie eine Artischocke. Nimm mal eine Artischocke. Die äußeren Blätter, die kannst du relativ einfach verändern, die sind dir nicht so wichtig. Aber je mehr du zum Kern kommst, zum Artischockenherz kommst, desto wichtiger sind dir diese Glaubenssätze, desto tiefer sitzen sie und desto schwieriger wirst du sie verändern können. Was trotzdem nicht heißt, dass es nicht möglich ist. Und das Artischockenherz übrigens, um in dieser Metapher zu bleiben, das ist dann dieser sogenannte Kernglaubenssatz, im englischen Core Belief, Kernglaubenssatz. Und das ist dann so diese zentrale Aussage über uns selbst, die uns übrigens oft nicht bewusst ist, aber die dann tatsächlich bei ganz vielen Menschen so lautet, wie beispielsweise ich bin nicht gut genug oder ich bin es nicht wert, geliebt zu werden oder ich bin nichts wert oder ähnliche Sachen. Also leider oft sehr, sehr dramatisch und sehr negativ. Und das beeinflusst natürlich alles, was dann weiter außen ist in dieser Artischocke. Und wie gesagt, also man kann nicht alles einfach ändern, man kann fast alles ändern, aber es ist manchmal tatsächlich auch sehr, sehr langwierig. Und ein Grund, warum ich mir selber hart tue, ist, dass ich, ich bin auch ein Sturkopf und ich bin sehr dominant manchmal. Und wenn mir jetzt ein Coach, wenn ich mit einem Coach arbeite, der da nicht damit umgehen kann, dann knickt der Coach ein und das funktioniert dann natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal hier auf der Seite ein Interview mit Mariam Wienen gesehen habt. Mariam ist so eine, die kann mir da kontern. Von der habe ich mich schon mal coachen lassen und das bringt dann schon was. Aber ansonsten gibt es da ganz unterschiedliche Techniken. Ich selber komme aus dem NLP, Neurolinguistisches Programmieren. Da gibt es eine ganze Menge Methoden, um Glaubenssätze zu verändern. Andere, wie zum Beispiel die Mariam, die arbeitet mit so einer Klopfmethode und so weiter. Also da muss auch jeder für sich herausfinden, was funktioniert. Andere arbeiten mit Hypnose, wobei auch in NLP teilweise mit Hypnose gearbeitet wird. Also es gibt die unterschiedlichsten Methoden, wie man da dran arbeiten kann. Und manche Sachen kann man auch tatsächlich selbst hinkriegen. Und da gehe ich dann auch in meinen Kursen drauf ein und gebe Anleitungen, wie man das macht. Ja, eben selbst Glaubenssätze zu verändern. Und ja, es wird nicht für jeden gelingen, das sage ich auch ganz klar, auch meine Kurse können kein Wunder vollbringen, für jeden helfen, die tiefstliegendsten, die innersten Glaubenssätze alle selbst zu verändern. Aber es wird auch Weiche geben, da geht es tatsächlich auch alleine. Die können das, die brauchen keinen Coach. Und tun sollten wir es alle. Also uns erstmal damit beschäftigen, was ist denn das, was mich abhält davon? Was hält mich denn davon ab, erfolgreich und glücklich zu sein? Und ich meine, vielleicht bist du super erfolgreich, vielleicht bist du super glücklich, dann ist ja alles gut. Aber die meisten Menschen, die sind nicht zufrieden damit, wie erfolgreich sie sind, was immer für den einzelnen Erfolg ist. Das hat jetzt nicht unbedingt mit Geld zu tun. Also Erfolg heißt, ein sich zuvor selbst gestecktes Ziel zu erreichen. Manche Leute stecken sich nicht mal ins Ziel und sind trotzdem unzufrieden mit dem Erfolg. Also erst muss man sich natürlich mal ins Ziel stecken und dann muss man es auch anstreben. Und dann ist halt die Frage, erreiche ich es oder erreiche ich es nicht? Aber manche setzen sich schon kein Ziel, weil sie Angst haben, sie erreichen es nicht. Und das wiederum hat mit Glaubenssätzen zu tun. Sie glauben, sie können es nicht erreichen, weil da steckt dann irgendwas dahinter. Und von daher, wenn du eben nicht zufrieden bist mit deinem Erfolg, nicht zufrieden mit deinem Glück, dann solltest du was tun. Aber jetzt schaue ich mal, was ihr sonst noch geschrieben habt. Lysira schreibt, ich gehe trotzdem, weil ich bin jetzt in einem Alter, wo mir egal ist, was andere über mich denken. Ja, ist okay, wenn es dir wirklich egal ist, aber auch da muss ich sagen, Lysira, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie alt du bist, aber sagen wir so, ich wohne ja neben einem Alters- und Pflegeheim, da liegen welche im Bett, denen kann es tatsächlich vollkommen egal sein, weil das ist ihre geringste Sorge, was andere über sie denken. Aber im Normalfall sind wir doch von anderen abhängig, das, was ich vorhin gesagt habe. Deswegen sehe ich da schon immer Grenzen, wo wir nicht zu sehr sagen sollten, es ist mir scheißegal, was andere über mich denken. Weil das macht uns dann eben ganz schnell zu jemandem, der bei anderen nicht unbedingt beliebt ist. Wobei es gibt Menschen, da ist es tatsächlich beliebt. Also ich habe, auch wenn ich ihn jetzt privat nicht näher kenne, aber zum Beispiel habe ich in meinem Selbstsicher-Kongress den Stefan Hiene gehabt, vielleicht kennt ihn der ein oder andere. Und der ist ja wirklich so einer, dem ist es relativ egal, was andere denken. Der hat eine klare Meinung über Dinge, die auch manchmal polarisierend ist, aber der vertritt die auch klar. und bei seinen Anhängern kommt es super gut an. Aber er lebt auch, er lebt vollkommen alleine auf einer Berghütte, hat keine Partnerschaft und lebt da oben vollkommen alleine. Ich meine, der braucht jetzt nicht so viele Leute, der braucht halt Leute, die ihm, ja, wie soll ich sagen, die seine Produkte kaufen, damit er von was leben kann, klar. Aber da hat er natürlich durch die große Masse der Leute, die ihn kennen, die dann auch so denken wie er oder die das auch erreichen wollen. Und ich habe den Stefan interviewt und ich fand ihn klasse, in dem, was er so sagt. Aber ich selber möchte nicht so weit gehen, dass ich sage mir, es ist vollkommen egal, was andere über mich denken. So, dann haben wir, als nächstes schreibt hier, Biene, kann man diesen Live-Talk irgendwo später gucken? Ja, kannst du. Es bleibt hier auf Facebook bestehen. Du kannst es also, sobald es live zu Ende ist, braucht Facebook irgendwie ein paar Minuten und dann kannst du es von vorne wieder anschauen und es bleibt auch stehen. Und ich werde es heute wahrscheinlich nicht mehr, wahrscheinlich morgen auf YouTube stellen, auf meinen YouTube-Kanal und da kannst du es auch jederzeit anschauen. Dann schreibt Biene, muss mich auch immer wieder zurücknehmen. Ja, ich glaube, das geht jedem so. Und manche können es besser und manche können es halt nicht so gut. Dann schreibt Bissira nochmal, ich klebe mir keine Schätzchen oder Schlagworte zum Bildschirm oder neben das Bett. Albert etc., trotzdem klappt es nur bedingt. Albert etc., trotzdem klappt es nur bedingt. da weiß ich jetzt nicht genau, was du damit meinst, mit dem Sätzchen oder Schlagworte zum Bildschirm oder zum Alibert. Ich glaube, ich kann mir was vorstellen. Es gibt Menschen, die ihre Glaubenssätze dadurch versuchen zu verändern, dass sie sich bestimmte Affirmationen immer wieder sagen und damit sie das nicht vergessen, kleben sie sich so Zettel hin. Vielleicht meinst du das, Bisslisirer. Ja, das funktioniert bei manchen Menschen tatsächlich. Affirmationen, genau, ja. Also grundsätzlich Affirmationen funktionieren. Ob man sich deswegen nebens Bett hängen muss oder ähnliches, das ist Geschmackssache. Ich würde sie mir da auch nicht hinhängen wollen. Aber Affirmationen funktionieren, funktionieren dann, wenn wir es, also einmal die Wiederholung ist da sehr wichtig, das ist, in der Gehirnforschung passiert da Folgendes. Es gibt dann bestimmte Gehirnareale, die durch die Wiederholung sich vergrößern. Das ist tatsächlich, kann man das heute messen, ich meine, da sind wir ja im mikroskopisch kleinen Bereich, aber diese Areale vergrößern sich dann und damit verfestigt sich das und irgendwann ist es stark, ist es stärker als das, was du vorher geglaubt hast. Also insofern, das ist sogar erwiesen, dass es funktioniert. Aber was da ganz wichtig ist, was jetzt, ich sage mal, was nicht funktioniert, wenn du dir, wenn du jetzt mit deinem Aussehen zu unzufrieden bist und jetzt sagst du dir so den halben Tag lang vor, ich bin schön, ich bin schön, ich bin schön, ich bin schön, in der Hoffnung ist, irgendwann zu glauben und dadurch dich schöner zu fühlen. Das wird nicht funktionieren. Warum nicht? Zum einen, weil du es dir, so wie ich es jetzt gerade vorgemacht habe, zumindest total emotionslos gesagt hast. Und zum anderen, weil dein Verstand dir die ganze Zeit sagt, ja, aber es stimmt doch gar nicht. Und deswegen müssen Affirmationen auf eine Art und Weise formuliert werden. Das heißt, die Art und Weise, wie du dir die formulierst, ist schon ganz, ganz wichtig. Und das hat was damit zu tun, dass du es dir selbst glauben kannst und dass du es dir damit aber trotzdem programmierst. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Mein Freund Antony Fedrigotti macht zum Beispiel folgendes, der sagt dann nicht, also jetzt, ich bin schön, ist jetzt nur ein Beispiel, aber ich nehme das Beispiel jetzt. Wäre es nicht schön, wenn ich, wie sagt er? Ja, wäre es nicht schön, wäre es nicht schön, wenn ich schön sein kann. Irgendwie sowas. Und damit bist du nicht mehr im Widerstand, weil diesem wäre es nicht schön, kannst du zustimmen und wenn du es trotzdem immer wieder sagst und das Unterbewusstsein unterscheidet dann nicht mehr zwischen dieser wäre es nicht schön, schön zu sein und ich bin schön. Die Aussage ist dann irgendwann die gleiche. Andere fragen sich nur, warum bin ich so schön, warum bin ich so schön? Also es gibt unterschiedliche Ansätze, was Affirmationen angeht. Das Entscheidende ist, dass du es so formulierst, dass du eben keinen Widerstand auf der rationalen Ebene bekommst und dass du es so sagst, dass du da eine gewisse Emotion auch drin hast, damit es für dich Bedeutung bekommt. Dann können Affirmationen sehr stark funktionieren, aber ich kann es auch verstehen, dass es nicht jedermanns Sache ist. Andere wollen auch andere Methoden machen. Aber Affirmationen ist eine der Methoden. Okay, das ist jetzt ein anderes Thema, das wir aber heute nicht mehr ganz aufmachen, nämlich das Thema Authentizität. Das ist ja so ein Schlagwort, ich will authentisch sein oder es muss alles authentisch sein und so weiter und klingt ja auch mal gut, ist auch grundsätzlich richtig, aber und da gibt es ein ganz, ganz großes Aber und das werde ich in einem anderen Selbstlicher Live mal machen. Also achtet auf meine Ankündigungen. Wer nicht nur auf Facebook angekündigt werden will und noch nicht in meinem Newsletter drin ist, geht auf meine jetzt Selbstsicher-Seite, tragt euch in die Newsletter-Liste an. Es gibt erstens ein kostenloses E-Book und zweitens kriegt ihr dann auch immer eine E-Mail, welches Thema als nächstes kommt, sodass ihr euch nicht nur generell erinnert werdet an das Selbstsicher-Live, sondern das konkrete Thema auch schon bekommt und natürlich mir auch jederzeit Themen schreiben könnt. Und Authentizität ist eben nicht so ganz einfach wie die meisten da so einfach. Ich muss authentisch sein, dann passt alles. Das funktioniert bei manchen, aber es funktioniert bei den meisten eben nicht. Und du sagst da was Richtiges, nämlich das mit der Höflichkeit. Ja, und die ist ganz wichtig. Höflichkeit, Empathie, was immer da jetzt alles dazugehört, also dieses soziale Miteinander, das ist ganz wichtig, wobei es auch da immer um die Balance geht. Also auch damit kann man es natürlich übertreiben. Aber es geht immer um die Balance und es ist wichtig, sie überhaupt zu haben, sowohl die Empathie wie die Höflichkeit. Und da, ja, in dem Moment, wo du höflich bist und wo du empathisch bist, bist du eben doch nicht ganz so, wie du erst mal geschrieben hast, ich will so sein, wie ich bin und alles andere ist mir wurscht. Gott sei Dank, weil das ist genau der Punkt, um den es geht, dass man eben auch noch bei den anderen ist und wenn man empathisch und höflich ist, dann bin ich ja auch ein Stück weit immer bei dem anderen. Und das ist eben das, was ich am Anfang auch gemeint habe. Wir leben nicht alleine, wir können nicht einfach sein, sagen, so bin ich. Und nochmal, manche sind so, wie sie sind, auch dann tatsächlich in Ordnung. Aber leider sind die meisten halt dann irgendwann so egoistisch, dass sie dem Rest der Welt nur noch auf die Nerven gehen. Manche sogar richtige A-Punkt-Punkt sind, weil sie zwar bei sich sind, aber nicht mehr sozialverträglich sind, sprich, den Menschen auf die Nerven gehen. Und das ist so ein bisschen das, warum ich sage, es geht immer um die Balance und du sagst das ja auch, also die Kombination mit Höflichkeit und das ist mit anderen Worten vielleicht so in etwa das Gleiche gemeint. Ja, also von daher, Angst vor Ablehnung war ja das Thema. Wir sind jetzt über die Glaubenssätze und über den Selbstwert und so weiter haben einen ganz, ganz großen Rundumschlag gemacht. Aber das ist auch genau das, was ich so ein bisschen beabsichtige hier mit dem Selbstsicher Live. Ihr dürft übrigens gerne jetzt noch Fragen oder Kommentare reinschreiben, wenn ihr noch was habt. Es ist genau das, was ich beabsichtige hier mit dem Selbstsicher Live, dass es eben kein starres Konzept gibt, dass ich ein Thema zwar habe und dass sie aber von dem einfach in die Richtung gehen, wo es mich trägt, wo es mich auch trägt, durch die Impulse, die durch eure Kommentare und durch eure Fragen kommen. Deswegen also, wenn ihr jetzt noch irgendwie Fragen oder Kommentare habt oder so, gerne nochmal reinschreiben. Und ich glaube, so kommt einfach jedes Mal was Spannendes zustande, dass hoffentlich auch niemand langweilig wird, weil es wird natürlich auch sich das ein oder andere Mal wiederholen, aber das brauchen wir auch, das brauchen wir auch, um Dinge zu lernen. Vielleicht ist dir selber schon mal so gegangen, dass du was gehört hast, ging mir selber öfter so, dass du was gehört hast und ist an dir vorbeigegangen. Oder du hast das vielleicht sogar richtig abgelehnt, weil du gesagt hast, nein, das ist überhaupt nicht meine Welt. Und hast es wieder gehört und wieder gehört und irgendwann hast du vielleicht nicht mehr den Widerstand gehabt, aber es ist einfach an dir vorbeigegangen, weil es dir nicht wichtig war oder so, hast du abgetan. Oh ja, habe ich schon was gehört davon, interessiert mich nicht. Und eines Tages, vielleicht, weil er ein bestimmtes Ereignis ist, vielleicht aber auch, weil sich in dir mittlerweile sehr viel verändert hat, wir verändern uns ja ständig, bist du plötzlich offen dafür. Und deswegen sind Wiederholungen manchmal sehr wichtig, um auch den richtigen Zeitpunkt zu bekommen, aber auch um Gedanken, die einfach wieder und wieder hört, mal zu verfestigen und dann der Sache einfach näher zu kommen. Okay, und ich sehe, es kommen keine Fragen mehr. Und da fasse ich vielleicht nochmal ganz kurz zusammen. Also wir haben ja das Thema Angst vor der Ablehnung gehabt, wo wir gesagt haben, das hängt sehr stark mit der Urangst zurück, dass wir früher eben dann den Gefahren des Lebens, also dem Tod, ausgesetzt waren. dass wir als weitere Angst, diese Angst vor Peinlichkeit, Blamage und Scham haben, die damit zu tun hat, dass wir das Gefühl haben, in dem Moment abgelehnt zu werden oder auch, wenn negative Kritik kommt, dass wir in dem Moment Gefühl haben, abgelehnt zu werden. Das heißt, bei ganz vielen kleineren und größeren Ängsten und Unsicherheiten steckt immer dahinter oder häufig dahinter die Angst vor Ablehnung, die eben so tief in uns drin setzt. Und dann kamen eben noch die Glaubenssätze dazu und das Selbstwertgefühl, wie denke ich über mich und all diese Sachen. Und so haben wir eine ganze Menge Dinge, die uns beeinflussen und die dazu führen, dass wir nicht immer die Dinge tun, die wir eigentlich tun wollen, weil sie uns gut täten, weil sie uns erfolgreicher machen würden, weil sie uns glücklicher machen würden. Das haben wir alle in unterschiedlich starkem Maß. Aber wenn du eben erfolgreicher und glücklicher werden willst, dann solltest du an diesen Dingen was tun. Und das muss man auch immer wieder übrigens. Also ich habe da sehr viel natürlich bei mir gemacht, sonst würde ich mich gar nicht trauen, mich vor euch hinzusetzen und zu sagen, ich weiß, wie es geht, wenn ich das nicht selber bei mir gemacht hätte. Aber auch ich habe immer wieder Tiefschläge, auch ich habe immer wieder Einflüsse, die von außen kommen und die mir dann zum Beispiel den Selbstwert wieder runterdrücken oder irgendwas anderes und ich dann wieder was tun muss. Und wenn ich es nicht tue, weil ich vielleicht gerade zu faul oder zu gestresst oder sonst irgendwas bin, dann zieht mich das runter und wenn ich nicht aufpasse, zieht es mich immer mehr runter. Und deswegen ist es so wichtig, da immer wieder was zu tun und dran zu bleiben, denn Selbstsicherheit ist was ganz, ganz Wichtiges, weil Selbstsicherheit, und den Satz wirst du von mir sehr, sehr häufig hören, Selbstsicherheit gibt dir die Freiheit jederzeit das zu tun, was dich erfolgreich und glücklich macht. Ich sage auch gleich nochmal, Selbstsicherheit gibt dir die Freiheit jederzeit das zu tun, was dich erfolgreich und glücklich macht. Und jeder von uns kann selbstsicher werden, wenn er was tut dafür. Aber keiner wird es automatisch bleiben, sondern da ist immer wieder Arbeit dahinter und da müssen wir immer wieder dran arbeiten. Jetzt hat Lissira noch was geschrieben, ich habe eine gute Portion Selbstsicherheit, sehr schön, aber manche Menschen drücken bei mir Punkte, die mich ganz klein machen. Das möchte ich ändern. Ja genau, da gibt es übrigens von mir das Programm Selbstsicher gegen Dominanz, weil das ist genau das übrigens das Problem, das die Allermeisten haben. Ich habe da meine Umfrage gemacht letztes Jahr, wo ich eine ganze Menge Leute gefragt habe über das Internet, wo die Momente sind, wo sie am meisten unsicher sind. Und das ist ja die wenigsten, also in der Umfrage kein einziger, aber auch so im Alltag, keiner rennt durch die Gegend, und ist permanent total unsicher. Klar, so vereinzelt gibt es die mal, das sind dann Leute, die wir fast schon bedauern, weil die wirklich total unsicher sind und im Prinzip immer jemanden brauchen, an dem sie dranhängen können oder sowas. Aber das sind wirklich Gott sei Dank ganz, ganz wenige. die meisten Menschen gehen einigermaßen okay durchs Leben, wie stark auch immer. Aber es gibt eben so Momente, wie du da schreibst, wo dann Menschen kommen, die irgendeinen Trigger erwischen, die irgendetwas tun und wir fühlen uns sofort klein. Dafür habe ich eben dieses Programm selbst hier gegen Dominanz gemacht. Also da, wenn du in meinem Newsletter angemeldet bist, Lesierer, dann kriegst du früher oder später da das Angebot. Du kannst es auch auf meiner Webseite kaufen, aber im Angebot ist es dann deutlich billiger. Deswegen empfehle ich dir, dich da lieber in den Newsletter einzutragen, falls du es noch nicht schon bist. Dann kennst du es vielleicht auch schon. Ansonsten werden wir auch da immer wieder über den einen oder anderen Punkt hier in den Selbstsicher Live reden, weil es ein Thema ist, das so wahnsinnig viele betrifft. Dieses, irgendjemand tut etwas und manchmal auch nur eine kleine unbedachte Bemerkung. Also es ist ja nicht immer so, dass jemand anders da böswillig was tut. Ich meine, die gibt es auch, klar. Aber da tut jemand was und dann fragst du dich schon, was ist mit dir und warum bin ich so schlecht und so weiter. Dabei war es vielleicht gar nicht so. Aber es geht ja nicht um die objektive Beurteilung. Es geht um das, was es in uns drin auslöst. Und da ist es eben so wichtig, dass wir eben auch erst mal achtsam hinspüren, das, was ich vorhin gesagt habe und das nicht gleich wegdrücken. Und lernen, damit umzugehen und dann für die verschiedenen, ich sage mal, Stufen der Intensität und für die verschiedenen Emotionen, weil wir werden dann entdecken, dass es da ganz große Unterschiede gibt. Das merken wir so gar nicht, weil wir uns gleich mal wegdrücken. Wenn wir uns da achtsam damit beschäftigen, dann merkt man, was das tatsächlich mit uns macht und was da tatsächlich abläuft und wie unterschiedlich das ist und wie unterschiedlich stark das ist. Und je nachdem, was es dann ist, können wir da verschiedene Sachen machen. Und wie gesagt, das eine oder andere werden wir hier im Selbstsicher Live die nächsten Sonntage besprechen. Ich lade euch ein, immer wieder dabei zu sein. Und ansonsten gibt es das auch in Kursen. Und es gibt übrigens natürlich auch Blogartikel, findet ihr auf meiner Webseite und Videos auf YouTube und so weiter. Also ihr findet eine ganze Menge. Aber ich glaube, jetzt haben wir für heute genug geredet. Wie lange haben wir jetzt gemacht? Eine Stunde? Ist es schon eine Stunde? Wo steht denn hier eine Uhr? Irgendwo hatte ich doch. Da oben. Ja, eine Stunde und eine Minute. Eineinhalb Minuten. Ich glaube, es reicht für heute. Deswegen seid dann einfach nächsten Sonntag wieder dabei. Wenn ihr wollt, schreibt mir einen Themenvorschlag. Wenn nicht, überlege ich mir selber ein Thema. Ich habe mir auch schon eins ausgedacht. Nämlich die Freiheit der Entscheidungen. Also, dass wir uns eben nicht blockieren durch mangelndes Selbstwertgefühl, durch mangelndes Selbstvertrauen etc. Aber wenn da noch ein gutes, anderes Thema von euch kommt, nehme ich auch gerne das. Silke schreibt noch schnell was. In der Arbeit bin ich meistens sehr selbstsicher. Da weiß ich, wer und was ich bin. Aber wenn ich die Arbeit verlasse, ist das ganz anders. Ja, und bei manchen ist es genau umgekehrt. Also jeder hat so seine Situationen, die unangenehm sind. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wo es bei dir ist, aber ich habe zum Beispiel neulich mal eine gehabt, die hat dann geschrieben, dass sie so Angst vor Smalltalk mit Menschen hat, die sie nicht näher kennt, aber kennt, dass sie sich am Wochenende in ihrem kleinen Dorf nicht auf die Straße traut, also am Samstag, wenn alle zum Einkaufen gehen beispielsweise, oder am Sonntag, wenn sie in die Kirche oder zum Stammtisch oder sonst was gehen, dann geht sie nicht raus, damit sie die Leute nicht trifft, mit denen sie womöglich dann Smalltalk machen will und sich den Namen merken muss und was weiß ich was alles. Und objektiv macht das ja alles immer keinen Sinn, aber es geht ja darum, was hier in uns drin passiert. Und wenn du möchtest, schauen wir da auch gerne mal hin, schreiben wir gerne was, Silke, und das sollten wir weitermachen. Nur ich glaube, heute ist es einfach schon sehr, sehr lange und wir sollten jetzt Schluss machen. Aber vielleicht auch dann nächsten Sonntag oder wie auch immer, schreiben wir da gerne auch nochmal was. Du kannst mir auch direkt eine private Nachricht auf Facebook schreiben oder hier unten drunter schreiben oder auch eine E-Mail unter letter-at-jetzt-selbstsicher.de kannst du mir auch eine E-Mail schreiben, also wie immer du möchtest. In diesem Sinne, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei geblieben seid, da seid. Es waren von Anfang bis Ende ungefähr gleich viele Teilnehmer. Das ist immer ein Zeichen, dass ich nicht alles verkehrt gemacht habe. Und danke für eure Kommentare und Bemerkungen und was ihr so reingeschrieben habt. Und ich freue mich, wenn ihr bald wieder dabei seid. Alles Liebe, euer Michael von jetzt-selbstsicher.de Bis bald.